Willkommen zu einer weiteren Folge Pflanzen gegen Summary ist überleben endlos Wir schauen mal schnell wieder in den Zen-Garten vorbei Und schauen mal was unsere netten Pflanzen hier so alles machen Joa Nicht viel momentan Steh mal auf Stinky, tu mal was für deine Schokolade Ich hoffe doch, dass wir irgendwann mal den Baum der Weisheit so weit haben Dass er nochmal einen seelenvollen Tipp gibt Und nicht nur sowas sagt wie Ja, wenn du mich weiterfütterst, werde ich vielleicht nochmal etwas sagen Findest du raus, wenn du weitere 100.000 Stunden an diesem Spiel verschwendet hast So Jetzt helfen wir der Schnecke nochmal schnell Damit es ein bisschen schneller vorangeht hier Okay So weit, so gut Ach Schnecke, du bist mir eindeutig zu langsam Bis du was machst Bin ich ja schon fast Großvater Nein, ich wollte eigentlich hier den Dünger nehmen So Da hatten wir noch eine Musik hören Müsste doch jetzt gleich alles vorbei sein Allzu viel könnte es ja nicht mehr sein, die noch übrig sind So, da haben wir noch jemand Musik hören Na, da haben wir aber ein sehr dustiges Exemplar da drüben Und da ist die letzte von den dreien, die noch Dünger haben wollte Noch ein paar Musikfreunde Ha, ich war schneller als du Schnecke Und die letzte möchte auch Musik hören Gut, dann war es das erstmal hier mit denen Wollen wir gucken nochmal hier im Wasser Ah ja Ist es doch gelohnt hier her zu gucken Hauptmenü und Überleben Dann wollen wir mal Endlos Wir haben heute von zwei Personen die Pflanzen dabei Und zwar Also ich nehme erstmal die Standardpflanzen mit rein Die ich auf jeden Fall gerne dabei hätte So Und zwar Haben wir den Vorschlag bekommen Von Dominic Ward Er hätte gerne die Maiskanone dabei Maiskanone, kein Problem Dafür brauchen wir nur erst das Kornerpult Damit wir es auch irgendwo draufsetzen können Außerdem hat der Mr. Sohey Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe Gemeint, dass die MG-Erbsen dabei sein sollten Und für die MG-Erbsen brauchen wir natürlich die Dublinatoren Außerdem meinte der Herr Sohey Dass wir doch Zunderholz dabei haben sollten Das nehmen wir auch gerne mit Und weil wir am Anfang Immer ein Paar Probleme hatten mit den Eimer-Zombies Nehmen wir von mir aus noch die Hochwalnüsse einmal mit Und wir versuchen mal Eine Abwehr zu organisieren Die auch nach hinten ganz effektiv schießt Das wäre nämlich nicht schlecht Dann nehmen wir ein paar Sternfrüchte mit Damit wir gegen die Buddle-Zombies uns verteidigen können Das halte ich für sehr sinnvoll Außerdem sollten wir vielleicht versuchen Ein paar Magnetpilze mit einzubauen Ach Ich habe schon wieder verpennt Die blöde Hake mitzunehmen Ne, 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 ne Der will neu starten Ja, neu start Ne, ne, ne Das verfälscht ja hier das Ergebnis Ich muss mal mehr drauf achten Dass ich die blöde Hake kaufe Äh, weiterspielen, äh, laden Das ist ja sonst unfair Wenn ich bei manchen Versuchen die Hake dabei habe Und bei manchen nicht Müsste ich eigentlich die alten Versuche nochmal neu machen Aber gut, wir sind Nein, den wollte ich nicht Ich wollte das hier Wir sind jetzt mal nicht so kleinlich So, und das da Dann wollte ich noch das Und, und, und Das hatte ich die So Okay Jetzt aber Auf die Plätze fertig Und los Ja Kann ja nur noch besser werden So Jetzt kann der erste Zambi ruhig kommen Ist uns ziemlich egal Wir sind vorbereitet So Und wir sollten jetzt versuchen Gleich die erste Ja Wir bauen ein Cornerpult Auch wenn ein Cornerpult nicht so viel Schaden macht Wie eine Erbsenkanone Aber Ein Cornerpult hat ja die Wahrscheinlichkeit Auch mal ein Butter Dinge zu schmeißen Wie da Ich weiß noch nicht, ob der Das Butterzeug auch Schaden macht Ich glaube nämlich nicht Was wieder ein teilweise Nachteil ist Aber es ist ja eh nur Übergangsweise Bis ich die Ersten Sonnenherr fertig habe Oh je Bestimmt habe ich es jetzt In die falsche Seite gesetzt Was sage ich noch Ich prophezeie es auch noch Naja gut Es gibt ja letztendlich Gar keine falsche Seite hier Aber es kommen ja überall Zombies an So Ich sollte vielleicht Auf dem Wasser Ein paar Sternenfrüchte setzen Das wäre eine ganz gute Verteidigungsstrategie Weil die können momentan Noch nicht angriffen werden Weil Da noch keiner unterwegs ist Und können praktisch In alle Reihen schießen Sehr schön Sehr schön Sehr schön So habe ich das gerne Außerdem setzen wir noch Eine zweite Reihe Ähm Cornerpulse Damit wir dann die Maiskanonen Im späteren Verlauf des Spiels Darauf setzen können Wird schon schief gehen So wir versuchen jetzt mal Auf die erste Doppelsonnenblume Dann zu sparen Sobald wir die Die zweite Reihe Mais Komplett haben So Und nun Merke ich gerade Dass wir im Wasser Ja gar keine richtige Verteidigung haben Wir haben zwar diese Netten Freundlichen Geschütze Aber die bringen uns Dann herzlich Wenig Sehr schön Ich hoffe das klappt Wird es ein wenig knapp werden Ach komm schon Verlier deine Körperteile Ja sehr schön Genauso wollte ich das haben Und die erste Doppelsonnenblume Sehr schön Huh Bringt auf jeden Fall Schon mal was Seht ihr selbst Wie schnell es damit Immer geht Äh So Als nächstes Genau Verbessern wir mal Die Verteidigung Im Wasser Und unsere erste Richtige Welle In dieser Folge Was uns nicht Am Gewinnen Hindern wird Wohl man eigentlich In dieser Spiele Kategorie Gar nicht Gewinnen kann Weil es ja Unendlich Viele Horden Zombies gibt Wobei ich mich Auch wiederum frage Wo die unendlich Vielen Horden Zombies herkommen Also entweder Haben Zombies In dem Spiel Mittlerweile gelernt Sich fort zu pflanzen Oder die Menschen Oder die Menschen Pflanzen sich hier So rapide fort Und lassen sich Dann von Zombies Fressen Was aber auch Ziemlich dumm Wäre Aber gut Ich bin bisher Noch keinem Zombie Begegnet Also wissentlich Aber ich kann mich Auch täuschen Mann Kinder Was ist denn da los Wofür Verzahle ich euch denn Mann Ihr sollt hier Eure Arbeit machen Und nicht schlafen Natürlich sollt ihr hier Die Zombies auch erledigen Dafür seid ihr ja da Und ihr schnorchelt hier rum Jetzt erhören wir mal Die Power Unser Netten Kollegen Im Wasser Mehr Power Lade den Dynamo Ach ja Ist aus einem alten Schönen Pinball Spiel Hieß glaube ich Pinball Creep Night Ein Spiel von Sierra Sehr schön Sehr schön Zwar Mittlerweile In den Augen Aller Total verpüxelt Aber trotzdem Ein Spiel Mit Klasse Ich sollte schleunigst versuchen In den unteren Beiden Reihen Auch noch meine Abwehr Mit Hochwahl müssen Zu unterstützen Das könnte Durchaus von Vorteil Sein Aber wenn wir schon mal Dabei sind Kann man gerade mal in der Mitte Noch unsere Verteidigung Etwas Aufpeppen Mit der ersten MG Mit der ersten MG Erbse Und wenn das Böde Maiskanon Ding Nicht so teuer wäre Hätte ich auch schon längst Eins gebaut Das blöde ist Das kostet jetzt schon 500 Sonnen Könnt ihr euch vorstellen Das wird immer teurer Also allzu viele Werde ich davon Nicht bauen können Was nicht heißt Dass ich es nicht möchte Ich möchte Viele davon bauen Weil die wirklich Ultra cool sind Und je mehr man hat Desto leichter Hat man es im Endeffekt auch Aber der Weg dahin Ist so steinig Ach ich hab schon wieder Angst Vor den Pflanzen im Wasser Äh nicht Pflanzen Zombies im Wasser Die gleich wieder auftauchen werden Oh entschuldigt Jetzt bin ich ans Mikro gestoßen Was sag ich Zack tauchen die blöden Zombies Aus dem Wasser wieder aus Auf Nicht aus Aha Und weiter geht's Hier wird nicht aufgegeben Hier wird gekämpft Bis zum letzten Brain Zwei Flaggen geschafft Wir machen jetzt Direkt mal weiter Und wieder einmal Überheblich So 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 Hochwellnüsse Sollten wir auf jeden Fall Dabei haben Weil auch die Delfinreiter Jetzt dabei sind Und jetzt Wären eigentlich Nicht so Über Bustepilze Schlecht Wegen den Fliegengitter Zombies Und weil sie Generell ziemlich geil sind Wir nehmen sie einfach mal mit Kann ja fast gar nicht schief gehen Fast Fast Ah So Des Weiteren Tun wir jetzt im Wasser Eine Verteidigung Mit Hochwellnüssen Zusätzlich Bauen Ist nie verkehrt Prinzipiell So Ich weiß dass die unten noch schlafen Aber ich wechsle jetzt nach Bedarf Ah ja Also Hat sich ja gerade erledigt gehabt In dem Moment kam nämlich eh Ein Kollege Der mir die Arbeit Der schweren Entscheidung Abgenommen hat Und jetzt hätte ich ganz gerne In der obersten Reihe Noch einen Dublin Nator Kommt schon Sehr schön Als nächstes muss ich In der zweiten Reihe von oben Die Hochwellmus Wieder etwas ausbessern Wie sieht etwas mitgenommen aus Dann mache ich das gerade mal Dann kann sich derselbe Aufladen Und Wir kümmern uns in der Zeit darum Dass unsere Brustepilze im Wasser Auch mit von der Partie sind Beim Kampf gegen die bösen Zombies Juchu Kann jetzt ja eigentlich nur noch gut werden Oh Schokolade Warum wir jetzt Als nur noch Schokolade kriegen Weiß ich nicht Ich hätte viel lieber Irgendwelche anderen Pflanzen Die es viel mehr bringen Als diese Blöden Dinger Oh ja sehr schön Doppelsammlung Ich hoffe das bleibt so gut Dann können wir hier bald Mit den Zombies nämlich grillen gehen Wir sind jetzt mal so dreist Und versuchen die Verteidigungslinien Noch etwas weiter fortzutreiben Mal schauen ob wir damit Erfolg haben werden Wäre natürlich äußerst Äußerst schön Aber ich kann natürlich für nichts garantieren So Das Gute ist dass die Sterne nach links und nach rechts schießen Sehr schön sehr schön Oh nein ich hab die andere Münze Nicht mehr erwischt Schade Ne ich spare jetzt lieber mal Vielleicht kann ich da nämlich noch eine vierte Doppelsammlung bauen So Na das klappt ja soweit ganz gut mit den Doppelsammlungen Schon wieder rum Das war es auch schon wieder mit dieser Folge Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Mit genau diesen Pflanzen wieder Bis dahin Tschüss